Die Ligneus GmbH fertigt auf über 10.000 Quadratmetern hochwertige Einrichtungen und Einbaumöbel aus Holzwerkstoffen für den Laden und Messebau. Gemäß der Vorgaben und Pläne der Kunden wird bereits in der Konstruktion der Grundstein dafür gelegt, dass alle Abläufe optimal aufeinander abgestimmt sind, um effizient produzieren und absolut termingerecht liefern zu können. Die Konstruktionsdaten werden dann an die Fertigung weitergeleitet und befinden sich nun im System. Modernste Zuschnitt-, Bekanntungs- und CNC-Maschinen kommen hier zum Einsatz. Das Rohmaterial wird zugeschnitten und die Teile anschließend mit einem Barcode versehen. Dieser vermittelt den Maschinen, wie die weitere Bearbeitung vonstatten gehen soll. Dadurch lässt sich die Fehlerquote stark minimieren und die Effektivität erhöhen. Für die Gestaltung individueller Oberflächen kommen in der Lackbeschichtungsanlage umweltschonende Wasserlacke oder Lösemittellacke für anspruchsvollste Oberflächen zum Einsatz. Schließlich werden die Bauteile in der Montageabteilung fertig zusammengesetzt und für den Transport zum Kunden vorbereitet. Handwerkliche Sorgfalt, hochwertige Produkte, absolute Termintreue. Ligneos. Building your vision.